Singt Weiber Herzen, sind keine Männer da, nehmen sie Kerzen. Das ist wunderbar, du singst Klalala. Woher hast du das Talent? Ich weiß nicht, ich hab auch ein Talent. Das kannst du einfach. Ja, das bin ich nie geliebt. Das ist doch was. Mein Vater war doch Zauberkünster und Magier. Achso, und daher hast du das? Ja, der hat den Krieg bei den Soldaten getaubert. Das ist nicht schlecht. Und ihr liegt das im Blut. Guck mal, ich geh jetzt auf die 80, dann geht das runter erstmal. Okay. Na, ich geh auch auf die 80. Die 41 hab ich ja schon rum. Na ja, jetzt kann's nur noch besser werden. Jetzt geht's nur noch vor Rando. Okay. Nächstes Mal will ich mal versuchen, blind die Haare zu schneiden. Blind? Ja. Aber bei ihm. Bei mir. Du findest mir ein Tuch, also eine Augenbinde, und ich schneide Haare. Und wenn das was geworden ist, muss das ins Guinness Book der Rekorde. Für die beste Blindhaar-Rasurschneide. Ja. Ja, genau. Das werden wir machen. Dann haben wir. Und dann gucken wir mal. Also, wir brauchen aber wahrscheinlich noch einen Verbandskasten oder sowas. Wir brauchen auch einen Modell, der eine Glatze haben will. Aber ich schneide hinter vorher blind die Haare. Wer kann ja eine Glatze machen, oder? Ja. Wie es geworden ist. Okay, ich nehm dich bei Wort. Ja. Also, wir brauchen die Haare.